ja hallo zusammen da bin ich wieder mit live let's play zur residative code veronica und genau liebe freunde wir waren beim letzten mal wieder hier in der villa unterwegs beziehungsweise im privaten anwesen haben vor der villa albert wetzker wieder getroffen was mir sehr überraschend war und wir sind jetzt hier in diesem privat gemächern von alfred und alexia haben wir haben hier in diesem raum einen silberschlüssel gefunden haben keine wo die ja bin ich mal gespannt wie es jetzt hier weitergeht ich meine es ist ja höchst interessant hier verschiedene bücher da sind wir hergekommen beim letzten mal was haben wir hier einfach mal klicken hilft sehr gut verschiedene bücher eine büste nichts was nichts was ist nichts ist ungewöhnlich wissenschaftliche biologie bücher gestapelte chemie bücher die haben es hier mit biologie wie es scheint zahlreiche geschichtsbücher weil in der ersten cutscene die wir von den beiden gesehen haben haben die ein tier zerstückelt eine große puppe vermutlich handgemacht hier ist nichts nützliches ok es ist voll interessant hier muss ich sagen voll interessant ein gewöhnliches bild alles klar dann gehen wir hier rein in den raum ich meine irgendwo haben die sich ja hier versteckt beim letzten mal haben wir eine katze gesehen ach da ist noch mal so eine spieluhr aber gut von der alles mit der zeit schöne möbel aber hier ist nichts nützliches sieht echt gut aus hier finde ich diese einrichtung gefällt mir ich stehe auf sowas so was ist das jetzt hier hier ist jetzt wieder ein bett ein relief vermutlich eine frau von hinten und eine grußkarte mein lieber bruder ich glaube fest daran dass der ruhm der familie esch fort durch deinen mut und deine stärke als soldat wieder aufleben wird alles liebe alexia esch fort soldat also so was haben wir hier ist denn das hier sind jetzt dieses spiel ist abgeschlossen die melodieplatte wurde entnommen und die seltsame höhere sind blaues ab hier brauchen wir vielleicht diesen schlüssel können wir das hier einsetzen was hat es jetzt hier wird auf sich spiel ist geschlossen melodieplatte aber das ist doch nur für klavier schlüssel karte jetzt bin ich überfordert hier muss doch irgendwas sein hier muss doch irgendetwas sein in dem ganzen ding flughafen 211 da ist die militäranlage da oben da oben können wir hin in der villa okay wir müssen zurück zur residenz alles klar wir haben dann nämlich da okay dann nämlich eine tür wo wir jetzt rein können okay dann gehen wir dabei hin freude dann nichts wie raus hier verdammt noch mal aus diesem begraut dracula schloss es ist wirklich creepy aber gut wir haben zumindest einen anhaltspunkt wo wir weiter kommen das ist schon mal sehr gut weil ansonsten wäre ich jetzt echt aufgespissen so hier wieder raus wieder an den kack flederwäsen vorbei oder haben wir hier in dieser haupthalle noch irgendwas ne ne haben wir nichts mehr alles klar alles klar alles klar ich sehe euch aber ihr lasst mich in ruhe ja bitte weil ich habe nämlich auch kein feuerzeug und nichts verdammt lass mich doch einfach so lass mich hier weg oder formal würde fischer und raus da ok freunde alles klar dann können wir mal zurückgehen hier hier haben wir ja beim letzten mal auch diese goldenen typen erledigt und ja vielleicht liegt hier noch ein komponierung okay dann ich finde es auch gut dass es immer aufhört so regnet auf einmal hier das ist richtig cool hier regnet es jetzt auch nicht mehr guckt mal ist das nicht cool das ist doch viel angenehmer mensch ich hasse nämlich regen in diesen solchen spielen ich weiß auch nicht so ungemütlich alles klar er hat ziemlich verwirrend im moment wo wir hier hin müssen und so sehr viele story items wie ihr gesagt habt und ja mal gucken also mal gucken wie das jetzt auch wird hier ich hoffe halt dass wir weiterkommen alles klar freunde die farbänder können weg der rest muss eigentlich leider drin bleiben oder die klavier rolle die position an die war hier für den granatenwerfer haben die brand munition pulver für feil aber auch noch dann haben wir noch die war für stimmt ja ich stimmt aber wobei wir haben ja noch munition also das ist so ist es ja nicht klar machen wir hier bitte kombi und sagt sehr gut freunde gut dann gehen wir mal da in diese tür einmal gucken bin ich mal gespannt das war ja hier unten hier unten sollten ja eigentlich keine gegner sein weil die haben wir ja beim letzten mal alle platt gemacht hier hinten freunde ist das da bin ich jetzt mal gespannt tatsächlich was es damit auf sich hat hier hier sie ist verschlossen denn sie hat das wurde geöffnet der silber schlüssel also alles klar was ist denn hier jetzt oh gott oh nee nicht wieder diese blöden teile hier ich hasse sie ich hasse sie einfach verdammt nochmal gelb schon wieder jetzt hör doch mal auf die sind aber auch gemein hier ja orange ist klar benutzt das kommen warum laufen jetzt überall diese gelben rum die sind viel gefährlicher als die zombies ein riesen raum okay ich hasse diese geld gegner die sitze ich weiß auch nicht okay ziemlich unaufgeräumt hier eine steingut phase wir können hier rein oh guck mal was ist denn das jetzt ach wie das okay ein adlerschild das ist wieder was für okay ich weiß wo das ist was für die haupthalle da ist nämlich noch so eine höhlung ja cool was das hier beethoven das ist ein projektor ein diaprojektor erscheint nicht richtig zu funktionieren okay da liegt auf jeden fall was zum lesen hanks bericht an verwaltungsvorstand herrn alfred ashford der typ ist echt überall ne heute nachmittag um 16 32 haben wir eine große bio transport kapsel vom umbrella transport lager hierher überführt die überführung wurde mit äußerster vorsicht durchgeführt und alle 108 positionen der checkliste konnten nach der routine überprüfung als erledigt abgehakt werden okay der befehl der behälter wird derzeit im kühlraum gelagert eine sache verstehe ich dabei nicht ganz normalerweise werden wir für sonderaufgaben eingesetzt warum sollten wir dieses mal nur eine gefrorene transport kapsel überführen vielleicht weil da was drin ist ich weiß dass diese information sehr wahrscheinlich streng geheim ist aber wenn wir den inhalt nicht kennen könnte beim transport unsere sicherheit nicht gewährleistet sein besonders wenn der inhalt möglicherweise gefährlich ist sollten wir noch öfters zu solchen einsätzen abkommandiert werden möchten wir anregen uns mehr informationen zukommen zu lassen ja ist halt umbrella die haben es nicht so mit infos ich erinnere mich ich erinnere mich noch an die gute alte zeit hier in diesem militär trainings lager es hat sich seitdem nicht verändert wir machen uns jetzt bereit für unseren nächsten einsatz heute um 23 uhr hank umbrella sondereinsatzgruppe höchst interessant das ist echt interessant also was hier alles so miteinander verknüpft ist ist echt unglaublich aber sonst gab es hier nichts in diesem fetten raum ok wir kommen ja weiter wir haben ja eine sache wo wir das einsetzen können ich meine so ist ja nicht ach stimmt wir haben ja die andere in die blaue platte da im gefängnis liegen lassen stimmt das heißt wir können das hier oben einsetzen und dann bin ich mal gespannt was dann abgeht hier und ja liebe freunde freue ich mich dass man wieder hier eingeschaltet habe bei resident evil code veronica wie wir jetzt hier weitermachen ich hoffe es geht euch gut soweit mir ist nämlich sehr gut ich bin jetzt spiel das nach wie vor an einem montagabend weil ich hatte gestern keine zeit gehabt zum aufnehmen sowohl sind das jetzt hä wo ist denn das war doch hier oder nicht abgeschlossen ah ach und hier können wir auch rein mit dem silberschlüssel aber wartet mal wo war denn jetzt die sache mit dem das war doch hier oder durch oder war das draußen mit diesem indigo blauen diese mit dieser höhlung sehe ich das einfach nur nicht es ist hier nicht aber wir können weiter das ist ja schon die hofsache aber noch einen neuen raum hier zum erkunden ah cool das ist wieder so geil klassisches feeling hier keine gegner okay das ist nett einarmige banditen ein gerät ist an ja okay hast du bock schade aber guck mal was da liegt pulver für pfeile genau nebig geil hier ist so ein privat casino was zur hölle ja gut die haben anscheinend nichts zu tun hier oh aha interessante perspektive muss ich sagen zur opposition können wir sehr gut gebrauchen ein privat casino also oh mein gott ah guck mal hier blackjack blackjack hast du bock claire nein sie hat nur bock auf die kräuter alles klar nimm die kräuter das eine können wir ne das brauchen wir gar nicht so perfekt Freunde wir sind wieder ein bisschen besser ausgerüstet hier ey okay oh man komm Claire hast du Durst hier einmal Zeche brennen komm einmal Zeche brennen wir bei Parasite Eve ne okay sie ist keine Alkoholikerin alles klar aber ich sehe hier doch direkt was wo wir was einsetzen können ein antiker Flügel er kann scheinbar etwas ablesen und ich habe das Item nicht dabei okay shit ich habe das Item nicht dabei aber okay das heißt wir können wieder zurück in den Safe Raum und das Item mal holen ich hätte es drin lassen sollen ich Idiot ach okay dann gehen wir einfach wieder dahin ich meine so alles klar ähm wieder mit dieser wunderbaren Musik hier ach ja schön ja Freunde wie ihr schon sagte ziemlich viel hin und her gerenne aber scheinbar muss es ja sein also Ordnung halten ist sehr wichtig hier verdammt verdammt deswegen mache ich jetzt mal hier ein bisschen Ordnung rein so und dann Moment das hier können wir auch hier ablegen so weiter wir müssen erstmal Pfeile sammeln so passt das doch wunderbar gut das heißt äh ja das heißt in dieser Folge auch mal wieder mehr Zeit im äh in der Residenz finde ich gut ähm ja ich weiß nicht diese Militäranlage die ist mir zu verwirrend ich versuche nicht das ist irgendwie total dumm also nicht dumm irgendeiner hat sich wohl was dabei gedacht aber es ist halt für mich verwirrend so aber dafür haben wir jetzt hier ja unseren unseren Spaß hier in der Residenz so dann gucken wir mal was da ist so Claire willst du Klavier spielen? Kannst du Klavier spielen? das kannst du einsetzen wunderbar oh ach wie schön das ist wieder diese ein Musikstück wird automatisch gespielt das ist wieder der Soundtrack von äh Alfred und äh Dinges Alexia schön so was haben wir denn hier was ist denn das? ein Ameisenkönig ok ein Ameisenkönig hier ist nix mehr wofür ist das jetzt schon wieder? alter schwede Prüfe Figur mit einem blau aaaaah alles klar alles klar so das heißt wir müssen damit äh wieder in diese Villa da oben in diese Graf Dracula Schloss oh mein Gott ok noch mehr hin und her Gerenne hey bleibt die Musik? die Musik bleibt? ne schade hätte ich jetzt gedacht alles klar doch die bleibt auch wie schön und die wird immer leiser Moment wo gehe ich überhaupt hin hier ich weiß wo ich kann mir denken wo wir das einsetzen müssen weil wir haben ja bei diesen beiden Spieluhren da oben äh ja bei Graf Dracula ähm da haben wir doch so blaue blaue Saphir Steine Steine gesehen und da müssen wir das glaube ich einsetzen da würde ich sagen ja gehen wir da einfach mal hin ja und so kommt natürlich auch Spielzeit zusammen ne wenn man hier ständig hin und her laufen muss ähm ja bitte kein Schocker hier bitte kein Schocker ey ich bin da jetzt nicht drauf vorbereitet so dann gehen wir mal direkt zu Graf Dracula hier mhm alles klar ähm einfach geradeaus durch einfach geradeaus durch und die Treppen hoch ist klar klar du kriegst die Kilometer gilt ich merke das schon da war das mit zweiten Teil noch wesentlich übersichtlicher gut aber aber das haben wir oh nein jetzt hör doch auf weg blödes Teil wo kommt das ja schon hinterher das verfolgt mich das verfolgt mich das verfolgt mich oh Gott ach nö und jetzt hier wieder die scheiß Fledermäuse Zombies Zombies äh Zombies seit wann sind jetzt hier Zombies okay gut das war die Fledermäuse nicht platt gemacht haben so das heißt wir können auch die Armbrust ist leer das heißt wir können die Waffe nehmen das äh kombiniere hier mit ah ist schon vollständig alles klar gut gut das war die äh äh alter Schwede äh der will doch mal aufstehen der steht doch mal auf hier wie viel Schuss der braucht ist ja wohl nicht wahr ich hoffe dass ich jetzt hier nicht meine Invention verballer aber ich glaube nicht ich glaube nicht tatsächlich weil dann haben wir hier nämlich unsere Ruhe das ist nämlich auch schon mal Gold wert mehrere Bücher Politik, Biologie, Chemie, nichts nützliches okay Freunde was hängt denn da oben eigentlich äh das fällt mir jetzt erst auf was ist das oh Gott ja hier schluft auf jeden Fall noch ein Zombie rum geh hier hoch ah dahinten alles klar natürlich wieder genau vor der Tür ne gut dann so einmal nachladen so oh Gott der fällt mich hier fast an so aber wir haben hier alle erledigt ich glaube das ist äh wichtig warum wechselt hier die Perspektive ach so weil hier die Mutti drauf lag okay alles klar ja dann gehen wir aber hier rein und setzen das mal ein mal gucken was da auch jetzt sind hier auch Zombies Freunde aber unendlich Munition habe ich jetzt auch nicht Freunde was wollt ihr jetzt hier mit euren Zombies äh hinter mir ist auch noch einer hey Herr Schwede so weg damit sehr gut der ist tot alter wie nah ist denn der jetzt schon und warum ruckelt das jetzt hier was soll das hallo kannst du mal sterben gehen wunderbar wunderbar gut er ist tot das ist noch einer warum ist denn da noch einer verdammt ich hab halt keine Mutti mehr hier ja ich hab drei Schuss nein ich hab drei Schuss das reicht nie im Leben gut dann muss ich an dem leider vorbei ja irgendwie dran vorbeikommen und jawohl sehr gut wieder rein okay gut dann sind wir auch schon wieder am folgenende hier angekommen es war das falsche nein ich Idiot shit aber da haben wir es mal wieder gesehen die Form ne die Form ist tatsächlich die richtige das heißt wir müssen das hier einsetzen okay dann machen wir das noch allerdings auf der anderen Seite oh Gott boah ja okay es ist aber nur noch der Eide nein es ist noch einer ach verdammt geh doch weg blöder Zombieviech verdammte Axt so ich hab doch keine Mutti dafür so das heißt hier hier Freunde die Spiele ist abgeschlossen Melodienplatte wurde entnommen diese Ermelung sind blaue Saphire genau und wir haben eben eine blaue Ameisenkönigin bekommen Ameisenkönig und genau wir haben es jetzt hier eingesetzt und was ist das jetzt die Klappe der Spiele ist offen ja äh toll okay ähm alles klar das heißt wir müssen beim nächsten Mal irgendwo irgendwo weitermachen ähm bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher wo genau weil wir haben hier keine grüne Tür so wie ich das sehe äh wir haben hier nichts an grünen Türen ne geh mal rund ne da ähm da ähm müsstet ihr ihm tatsächlich einen Tipp geben wie es hier weiter geht ähm ja das ist jetzt gerade an einem Punkt angekommen wo ich tatsächlich nicht weiter weiß aber gut aber vielleicht kommt hier beim rausgehen irgendwie eine Cutscene oder so das kann gut sein gut freunde ähm dass die Folge schon wieder voll ist würde ich mal sagen äh wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da du hast die Glocke läuten äh würde ich mich sehr freuen und du bist hier hoffentlich dann beim nächsten Mal weiter geht dann beim nächsten Mal und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch einen schönen Abend und schönen Tag ne tschüss tschüss